7.37 Uhr, der 17.04.2019. Gestern Abend stand ab halb neun abends wieder die Rauchsäule über den Schornstein, obwohl die Servicetechniker über den Tag gestern da gewesen waren. Ja, und da könnt ihr sehen, da geht es schon wieder los. Fiesen Brandgeruch, aber was soll ich euch sagen, es interessiert keine Sau. Die Sonne, die vielleicht kommt, na die kommt bestimmt. Vielleicht klingt auch Regen, ja, und da haben wir es wieder. Vielleicht gibt ja hier noch ein paar Videos mehr.